Und es gibt natürlich auch Reaktionen von der Opposition zu den beschlossenen Soforthilfen der Bundesregierung. So findet FDP-Chef Christian Lindner, dass sie angemessen und richtig sind. Und er spricht sich gleichzeitig für einen langfristigen Aufbaufonds aus. Auch Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist zufrieden mit der Größenordnung der Soforthilfen. Aber auch sie hat weitere Forderungen. Es ist gut, dass das Bundeskabinett jetzt Soforthilfen beschlossen hat für die Notsituation der von der Flut betroffenen Menschen. Es ist gut, dass diese Hilfen möglichst schnell kommen. Jetzt kommt es sehr auf die Umsetzung an, kommt es wirklich auch schnell bei den Leuten an. Was es aber zusätzlich braucht, ist aus meiner Sicht ein Sonderfonds für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Egal, ob es darum geht, dass die Ausrüstung verschlissen ist, dass das Material jetzt alle ist. Oder auch, dass es um das geht, was die Menschen dort erlebt haben. Also die psychosoziale Betreuung, Notfallseelsorgerinnen, Notfallseelsorger, sollten für diese Menschen jetzt auch wirklich zur Verfügung stehen. Die haben etwas erlebt, was wirklich für viele unfassbar ist. Und deswegen gehört beides dazu. Die Unterstützung der Ehrenamtler in einem Sonderfonds, aber eben auch die Unterstützung durch Seelsorge, durch Betreuung. Das, was Bund und Länder da jetzt auf den Weg bringen, das ist richtig, das ist gut. Und jetzt muss man natürlich weiter darüber reden, welche strukturellen Möglichkeiten, welche strukturellen Hilfen es braucht, um für den Wiederaufbau auch bereit zu sein. Und das ist der nächste Schritt. Nothilfe, ja, das ist gut so. Und dann kommt der Wiederaufbau. Dann kommt natürlich aber auch die Frage, welche Klimaanpassungsmaßnahmen braucht man, welche Unterstützung braucht man dafür. Das muss jetzt breit diskutiert werden, damit wir dann auch Planungssicherheit gewährleisten können. Wir, die FDP-Bundestagsfraktion, haben schon einen eigenen Gesetzentwurf jetzt vorbereitet, den wir einbringen für einen Aufbaufonds. Dass wir uns an den Methoden der damaligen Fluthilfe 2013 orientieren, dann muss das Rad nicht neu erfunden werden, denn die Menschen erwarten schnell eine wirksame Hilfe. Seinerzeit hat man den Modus gefunden, dass man sich orientiert, ist jetzt ein klein wenig Technik, dass man sich orientiert an der Verteilung der Umsatzsteuer zwischen dem Bund und zwischen den Ländern und unter den Ländern. Wenn jetzt Häuser neu gebaut werden, dann können wir das ja nicht in dem üblichen Planungs- und Genehmigungsverfahren machen, das wir uns in Deutschland angewöhnt haben. Generell wird bei uns zu bürokratisch genehmigt, dauern Baumaßnahmen zu lang. Und hier erwarten wir Lösungen von der Bundesregierung, wie das schneller erfolgen kann. Wir brauchen eine solide wirtschaftliche Grundlage. Wir haben soziale Ziele, ökologische Ziele, Aufbau jetzt, wir haben Schulden im Staatshaushalt. Das können wir nur mit einer Grundlage finanzieren. Eine intakte Wirtschaft, Jobs, Überstunden, die sich lohnen, Unternehmensgründungen, die sich lohnen. Wenn wir nur umverteilen, dann werden wir unseren Staat nicht aus den Schulden befreien, sondern wir brauchen mehr Wachstum. Wir brauchen also im Gegenteil Initiativen dafür, dass der Motor der Wirtschaft ansprengt und Steuererhöhungen, das wäre Sabotage am Aufschwung.